In der neuesten Ausgabe des WeJump Magazines wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass Aichiro Odas Mangerei One Piece einen weiteren Spin-Off Manga erhalten wird, welcher den Titel One Piece Gakuen, also die One Piece Akademie trägt und ab dem 2. August im Saikyuu Jump Magazine veröffentlicht wird. Der Spin-Off Manga wird ein Comedy Manga werden, der die Strohhüte in einem Schulsetting zeigt und wird von Sohei Koji gezeichnet, welcher schon früher One Piece Spin-Offs zeichnete. Diese kleine Information wollte ich euch nicht vorenthalten, deshalb dieses kleine Video, ich hoffe wie immer es hat euch gefallen und wenn ja, freue ich mich wenn wir uns bei den nächsten One Piece News wiedersehen, wie immer wünsche ich euch viel Spaß, haut rein, ciao!